Im Prora ist eine Sonderausstellung, die dem österreichischen Komponisten Viktor Ullmann gewidmet. Die Schau zeigt, wie die beiden Weltkriege seine Musik beeinflussten. Der Österreicher galt als einer der kreativsten Köpfe seiner Zeit. Die Ausstellung schlägt bewusst den Bogen über Ullmanns Erlebnisse im Ersten Weltkrieg bis hin zu seiner Internierung im Konzentrationslager Theresienstadt. Sein wohl bekanntestes Stück entstand dort, die Oper Der Kaiser von Atlantis oder Die Todverweigerung. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr im Dokumentationszentrum Prora zu sehen.